Unsere Gefährten befinden sich auf dem gefährlichen Weg nach Mordor als plötzlich... Äh, Leute? Was macht ihr denn da mit dem Pony? Aber es hat Läuse! Dein Ernst? Das hieß mein Vorlachernst! Es muss zu einem Tierarzt! Du, ich glaub fast dem ist das Pferd scheißegal! Äh, was ist mit Maniküre? Pediküre! Krebsvorsorge! Depressionen in Wurzelbehandlung! Darum kümmert er sich doch, oder? Ich glaub ja eher nicht so! Ey, Maul halten und laufen da hinten! Der nächste trifft... Au, Kacke! Äh, was zur... Weg da! Abra! Was hat er denn jetzt wieder gemacht? Abra! Kadabra! Was ist passiert? Gandalf! Es war ein Apfel! Äh, Scheiße! Was laberst du? Hast du dein iPhone verloren? Jemand hat einen Apfel nach mir geschmissen! Mitten ins Gesicht! Ich war gerade dabei, mir eine Krankenversicherung für das Pony zu überlegen! Ich hab doch niemandem was getan! Verdient hast du's! Aber wer war's? Es war der Kacherkochen! Äh, 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 äh... Er, äh, äh, sprich doch mal ordentlich! Äh, äh, äh... Ja, das geht mir manchmal genauso, weißt du! Wir werden ihn finden! So, du Scheusal! Jetzt kommt die Rache! Ende! Hey, schon wieder habt ihr ein Video von mir überstanden! Also, ich nehme an, dass ihr noch lebt! Und ja, ich weiß, es ist nervig, aber bitte liken, teilen, abonnieren! Äh, und kommentieren! So, wir sehen uns jetzt!